Nur zur Erinnerung. Wir reden von einem Mann, der mit deutschen Aktien im Wert von vielen Milliarden Euro gehandelt hat. Und jetzt hat er nicht mal ein Büro. Zum Glück hat sein Pensionsfonds eine zweite Adresse angegeben, draußen auf dem Land. Aha, hier gibt es schon etwas mehr als nur einen Briefkasten. Six Noble Lane. Auch hier ist der Pensionsfonds gemeldet. Leider hat Herr Summers auf unsere schriftlichen Anfragen nicht geantwortet.